Hallo Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Xenoblade Chronicles 2 So, wir haben endlich die komischen Stachelviecher da besiegt und sollen jetzt wieder zu dem Reisemarkt in Garthorn zurückkehren So, schauen wir doch jetzt gleich mal Uriah, Garthorn Genau Dann gucken wir mal, was uns denn dort erwartet Die waren ganz schön heftig, ja, ich muss echt ein bisschen leveln dass ich die schaffe, die drei Dinge da So, mal das Bild macht, krägt an Hallo Da seid ihr wieder Rex, ich würde sagen, ich habe mich hierfür reichlich ins Zeug gelegt Sieht es aus mit einer Belohnung Was, äh, ich, äh, denke mir was aus, ja Leider habe ich schlechte Neuigkeiten In dem ganzen Chaos hat jemand unser Waffenlager ausgeräumt Was, das ist wirklich höchst, äh, das ist wirklich höchst verdächtig Wenn da nicht unser Saboteur dahinter steckt Fresse ich einen Besen Ich bitte euch, findet heraus, wessen Werk das war und bringt uns die Waffen zurück Ich werde die Waffen an den Eingängen verstärken, damit niemand das Dorf verlassen kann Der Schuldige muss sich noch irgendwo im Dorf befinden Verstanden Okay, suche nach dem Saboteur, der die Waffenkammer in Garfun und Muraia ausgeräumt hat Ja, wie soll ich den jetzt finden? Einzelheiten Versuche ihm auf die Spur zu kommen Hmm Ja, soll ich den jetzt finden? Damida Mua, Pilze und Waffen jetzt im Besitz von Damida Ist es vielleicht? Ach, Freunde, bitte nicht so erschrecken Damida gerade mit Essen beschäftigt Bitte abhauen Pff, nichts da Jetzt wer weiter Freunde wollen mehr wissen Nopon, äh, mögen Pilze Das ist alles Ich würde gerne mehr hören Wenn genug Stachelunis übrig bleiben Kommen Unis ins Dorf und machen Ärger Das war Plan So könnte Damida Waffenlager ausrauben Und hier lecky, schmecky Pilze essen Danach haut Damida ab Waffen bleiben hier Muss Waffen durch Zelda-Truppe Audumbla geben Sonst gibt Audumbla keine Belohnung Verstehe, also steckt Audumbla Hinter der ganzen Sache Werthems mit Hoden waren diesen Abgehäuferten Adlingen Schon immer ein Dorn im Auge Okay Da ist der wirklich völlig daneben Wenige Geräten abhauen Entweder abhauen oder Damida zündet Waffen und Pilze an Was? Wie bitte, wenn Damida hier Feuer legt Wird Damida auch verbrennen Stimmt schon Hier Feuer machen Sehr gefährlich Gut, dann Gold und Pfote So funktioniert Söldner Leben Wie viel haben sie dir denn Für Waffen und Informationen geboten? 20.000 Gold Dann kriegst du von mir nicht Okay Okay, schon sehr glücklich zu sein Okay Okay Komm her, komm her Vielleicht Agri-Kultur ist Papis-Specialist-Field So Alles klar Jetzt wollte ich aber doch noch mal schauen Also die Quest müsste jetzt abgeschlossen sein Ja Und ich wollte jetzt noch mal schauen Diese Quest hier Aber die jetzt schon lösen können Die Bürgerwehr-Quest Dafür müssen wir nach Garfond Nein, nach Toriko Entschuldigung Und da wollte ich schauen Ob es da was Neues gibt Wegen den Söldner-Aufträgen Suchen nach den Notbarn Ja, das kennen wir ja schon Äh Ich weiß schon, ob wir irgendwas kaufen können Äh Ich weiß schon, ob wir irgendwas kaufen können Äh Okay, jetzt probieren wir es nochmal Irgendwie so ein Nudelsuppen-Vertrag Komm aber so Woher Okay. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Was müssen wir hier noch machen? Ich glaube, das ist aber ein Gar-Agentum. Naja, die Gesangsstunde müssen wir noch machen. Oder haben wir das schon abgeschlossen? Okay, die zwei Dinger müssen wir noch machen hier. Aber das machen wir nebenbei, würde ich sagen. So, wir speichern einmal bitte. Und machen eine Schnellreise auf die lifterische Inseln, Brigidemere. Schauen wir doch mal, was uns jetzt dort erwartet. So. Äh, das machen wir mal aus. Deaktivieren, ja. Okay, wir sollten uns lieber links halten, sagt sie. Bitte. Ja, ich Was ist, die Dingerá. Du bist alle meine. Da kommt Beärgungstaufen Gammel Das können wir nicht alles merken Okay, 32er Monster 34er, 31er, da müssen wir nicht gehen Greif uns aber nicht an Okay, wir greifen uns an Okay, wir greifen uns an Das ist ja schön, wenn sie bleiben würden, dann ist es okay. Das ist ja wie ein Kanickelschwein oder sowas. So, hoch hier. Boah, schaut schon cool aus. Aber wir können wieder in dieses Wolkenmeer bestimmen. Ich möchte mal wissen, ob wir da runterkommen würden. Da wäre eine Kiste. Wollen wir das mal probieren? Vielleicht können wir da rüberschwimmen oder so. Wir speichern aber nochmal. Komm, wir spielen hier einfach mal rein. Ich weiß nicht, ob wir da sterben oder nicht. Nein, wir sterben hier nicht. Jetzt können wir hier ganz normal rüber gehen. Was halt dann in dem Wolkenmeer schlummert, ist natürlich die andere Frage. Ja. Puppi. Geil. und wo wären wir gekommen von hier wahrscheinlich das wäre die brücke gewesen ok tut uns hier was? wollen wir den mal killen zu probieren? ja, dann machen wir ok, time to take you down stay true to your distance the time has ever been around you soo schweb 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 Nein, du bist nicht! Was ist das? Nein! Meine Flamesstrike sind wirklich! Straight hopper! Third stage! Awesome! The time to submit the Rage now! Hey! Whoa! Hold on! Topp! Shut! Second son! Topp! I'm all set! Gotcha! I am ready! Ha! Thunderstrike! I'm ready! I shall not rage to such a vult! Ha! 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 Okay! Here we go! Dragon being shot! Okay! Come out, come out! I adore fishes! Fische. Zeugt uns genau die Richtung an. Gehen wir mal hier lang. Ja, go for it! Find her about something, right? Ousmos! Weiss! Steak, weiss! Steak, weiss! Steak! Steak, steak! Steak! Just give me the head down! Try to check cement Fisk! No one can... I will protect you. Shut up! Are you evil? Das war's für heute. Das war's für heute. Okay, here we go! Blaine Combo, Third Stage Great Horse 2 Lancer 3 Lancer 3 Lancer 4 Lancer Was ist das, meine Freunde? Was ist das? 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 Ich kann das Gefühl, die Gehreinheit zu entdecken. Meine Gedanken sind genau das. Pfff. Es gibt wahrscheinlich zwei Wege hier entlang und hier entlang. Ach du, 45! Ich will nämlich verarschen! Radiance! Try to keep it up! Double spinning edge! Heal in halo! Focus! Angus your armor failed! What? Ha! 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 War has heique Ben! Die! Me first. Hit it! Wraith punishes! Get on Nio! Tsung demся einfach, G также Orator before. Not essere, Polariel Orошка! ...ässer Rod! Humm! Sock it to them! I've planned it. And now! Superb! Finish! Let's do a lesson to you! Just give me an answer! Yes! The enemy's element is now electric. It won't be that easy. Hit it, no! Much officiator. I'm feeling here! Yes! Both on edge! You chose Wank off! Will of the whips! I will say it! Gotcha! Oh, Morag is down! Come on! Wow, there are two now, what's on the list? Kannst du nicht aufhören? Guck mal! Oh! Kannst du nicht aufhören? Kannst du nicht aufhören? Warum hier? Das war die Schuld der Negliganz. Es wird nicht wieder passieren. Der Plan brauchte etwas Polisieren. Die Mission hat sich... Ich werde heute noch stärker werden. All das war auf mich. Ich muss es auf die Seite hervorhen. Das war es. Ich hab die Frage vom, den ich auf die Seite zu sehen. Das war es. Das war es. Die Sache war es. Wir sind Ursula der neue Groove. Und wir machen was wir können. Ich bin sicher, dass wir alles gut sind. Das. Just show me the way. Zusammen als der letzte. Ich glaube, wir gehen vielleicht mal links entlang. Ich glaube, wir gehen vielleicht mal links entlang. Hoppa! Ja, das eine hat man eigentlich schon geschafft. Sondern der zweite mit 45, da war dann schon ein bisschen der Nummer zu viel. Hat einer dir eh gesagt, wir sollten links entlang gehen. Dass es dann leichter wäre. Da rum. Oh, das ist wo wir gehen. Oh, das ist wo wir gehen. Es muss uns in der Lage sein. Brich! Der Zeit für die Führung ist jetzt. Sopholus! Ich bin sicher. 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 Sopholus! Ich bin sicher. N Yeah. Ich bin sicher. Ich bin sicher. Ich bin sicher. Lass mich pH ein bisschen veregt. Dann beendet ich nicht mehr. Sopholus! demonsch激äm! Und man собerer mich mit SuperTM honne. Fahrer ber Oh mein Gott, das ist jetzt! 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 Ja! Bleach! Und! Blei! Ja! Und! Ha! Anker shot! Ha! Wiener die Zeit, Iyer! Blaine hoffo, 3rd stage! Das ist awesome! Das ist so! Nein, ich glaube nicht, Mops ist der Wahnsinn! Chinesisch! Drei! Anker shot! Let's give you my brain treatment! This'll be over, it'll be no monster ever! My dead body, I've been waiting for you to see that! Ha! Wiener! Zwerg! Wiener! Lass! Zwerg! Wiener! Unfalling enemy force! He! 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 Ja! Wiener! Rino, Buffalo, Shadowrunner, try to keep it up, ha, we'll beat them with the power of friendship. Just give me your head, Zach. Taste of their cake. The enemy's element is now electric. Just try to stick around, sure. Come on, Lady Morag. I think this needs a lighter touch. For sure. Hit it, no. Blazing, end. Normalizing enemy force. Super. Why not? Was macht denn der da? Stufe 38. If they seek a fight, they shall get one. Das war's für heute. Das war's für heute. Und weiter geht's. Das war's für heute. Die Nebelwand hier. Dahinter soll ja von Sitzern sein. Hat er ja gesagt gehabt. Deine Nebelwand ist seine Heimat. Das war's für heute. Aber wir müssen wahrscheinlich noch ein paar Gegner stellen. Das war's für heute. 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 65.000 Schaden. Das war's für heute. 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 Okay. The Cloud Mountains? Though being within the Cloud Sea itself, you won't find humans living on it. The small Titans seem to like clustering around the larger one, and that's what forms the Archipelago. Wow! So many amazing things to see in-world! Masterpun should get out more often. Working inside all day, bad for mind and body, you know. Tora on wonderful adventure with Rex-Rex right now, though. Days of staying inside all day are long gone. Yeah, you're a driver. Just like us now, Tora. Meh-meh! Tora appreciates support from friend Rex-Rex. See you next time! See you next time! Ciao, ciao! Euer Andi!